Können wir die Tankstelle gleich wieder ausladen? Die ist wahrscheinlich noch versperrt. Ich glaube die nächste geht. Ah lol da ist der SUV. Eben wurde also nicht da reingefunden. Alter jetzt hat es furchtbar geleckt gerade. Ist ja schon wieder hell oder? 10 Meter bin ich schon weg hier. Jetzt geht aber gerade gar nichts. Ich kann weder Z-Drucker. Wo ist sonst irgendwas? Ich kann nicht mehr mehr Z-Drucker gerade. Ja, Z ist normal, dass es nicht geht. Sobald das ja irgendwann so was gemacht wird. Du kannst auch keine Ohrenstöpfe rausnehmen und das voll einmachen. Aber vorher ging es noch eine Zeit. Da habe ich Z machen können und zu sperren. Dann war es in dem Fall nur ein Bug. Da habe ich nämlich dann den Schlüssel anschauen können und dann ist es irgendwie gegangen mit dem... Lol... Ich denke mir natürlich überhaupt nichts, gell. Ich habe mich nicht mehr raus. Ich geh doch. Achtung, Achtung, Lol, 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 Lol. Ah lol, lol, was tut der Dings, der Spucki und der Officer Mahoney sind im... Was sind die? Warum darf der am Polizeirevier rumlaufen, der Spucki? Gute Frage, normalerweise hilft das ja nicht. Aber können wir ja mal unseren Buscarl-Katalog angucken. Ja lol, der ist gleich der von den Links da... Hm, du lotst mich dann einfach. Da muss ich Ding ins Kaufen gehen. Der Perket, oder? Ja. Ich hab noch eins dabei, nein, hab ich so gar nicht mehr. Da, oder? Jo. Was Gute ist, wenn du ihn überfallen hast, kannst du ja einkaufen wieder. Ich hab bloß 10.000 gekriegt. Ich hab 20. Das kann ich nicht. Ich muss umdrehen, oder? Du musst umdrehen, ja. Oder halt da rüberfahren. Auf jeden Fall hat er schon wieder ein Hunter rausgeheilt. Hm, ja. Probiert echt den ganzen Tag streamen und schaut da, ne? Wo er nach oben rein geht. Mhm. So, wie machen wir jetzt streamen? Also, die Dinger, wo es labern. Ach so, ja, nein, nein. Ihr möcht, ihr möcht sein Blitzerstrafe begleichen. Lol. Da ist der Reifen hier. Schön, hast du's gemacht? 66 live. Präparier mal. Du hast nur noch 66 live? Ja. Ihr habt 93. Ich hab ja nur Dingens gehabt. Wie heißt? 75. Ach so, 75, okay. Also, jetzt, jetzt hat... Jetzt schaut er im Polizeicomputer, dass er seine Strafe zahlen muss. Jetzt sollen wir das auch versuchen, oder? Hm. Fangen wir mit dem Ding hin. Es geht. oki. mam. Eikofa. Wo ist das jetzt, wo er ist? Keine Ahnung, er meinte der Kupfermine hat noch irgendwelche Koordinatendusen, aber kein Plan, ich habe sie leider nicht mehr gesehen am Schluss, nachgucken. Machen wir leise mal, oder? Schönen guten Tag! Er hat ihn uns geschenkt, freiwillig, also vor allem tot umgefahren. Ach so, okay, 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 gut. Jo, ich brauch den Repair Cut. Ach so, okay, ja. Mikrofon aktiviert. Ich verstehe dich. Ich hoffe, 10.000 reichen neu, dankeschön. Mikrofon muted. In dem Fall, schöne Weiterfahrt. Mikrofon activated. No, no, no. Wenn Sie mir Hilfe brauchen in einem von Gordon Freeman oder im Folino anschreiben, wir übernehmen auch gerne Hunter-Verkäufe. Ob man das gehört? Neben temu. Ja. Ja, das hat aber schon keine Buhf. Negative. Kostetig wieder. Ja, gerne. Ja. Ja, gerne. Ja, gerne. Das war nicht so ein Blitz. So, da steht die Tafel in der Buske. Kann ich mal ausschlagen, please? Ich komm gleich wieder. Wir haben da draußen noch Kundschaft. Ich hab ne 175.000. 375, hab ich. Da unten, Leute! Ich weiß nicht, Leute. Warte, ich muss leiser machen. Ich versteh's nicht mehr. Warte, ich muss das Ding ausmachen. Ich weiß nicht, ob ich mich im Stream red oder da. Sag mal was. In-game, selbstverständlich. Hallo? Hallo? Bitte steigen Sie aus dem Auto aus. Nehmen Sie die Hände hoch. Hier gibt's keine Polizei Autos zu verkaufen. Steigen Sie sofort aus und nehmen Sie die Hände hoch. Genau, mach, 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 die sind! �äänmaackA Alter, wie schlecht. Hier gibt's keine Polizei Autosuppe, oh. Wohrt, und jetzt kommt er mir zu einem Hunter. Nee, nee, der hat mir noch einen Spuck gegeben, oder? Hier gibt's keine Polizei Autosuppe. Jetzt fragt sich, ob da eine Reparaturzäube ist, aber du stinkst. Der Vorbindsetzer muss ganz schön ein Ekelpaket gewesen sein. Hallo, der steht da. Ah, ja, da haben die Ecke. Okay, Loll. Nein, nein. Loll, jetzt hat der Dings aufgemacht. Ich schau doch. Und da kommt das Ballern. Wenn der schaut, was hat denn der für Waffen? Der hat wesentlich bessere Waffen als wir. Der Spuck steht einfach mal drin. Macht gar nichts, oder? Du hast schon lange nichts mehr getrunken. Red mal mit ihm. Ja, was soll ich da reden? Lassen Sie unseren Freund frei. Freiheit für Nazi- äh, für Irina Matze. Ich hab mir leidens ja verquatscht. Ich hab' die Nase. Dann ist der Typ nach Hause. Äh, äh, heiß. Freiheit für Irina Matze, Freiheit für Irina Matze. Freiheit für Irina Matze, Freiheit für Irina Matze. Freiheit für Irina Matze. Freiheit für Irina Matze. So, also. Bezahlen Sie jetzt das Bußgeld. Lassen Sie unseren Kumpel frei oder wir stürmen das Polizei-Hauptquartier Ja, ich werde das zahlen Bitte, freilassen, heiß, heiß Aber wie verstehen wir doch Sie, ja? Ja, das schon, aber wir sind so Dreck mich du aus Ja, da kann ich nicht rausschießen, sechst ja Ja, wir dürfen aber sowieso nicht reinschießen Ja, ist doch schon klar, aber ein bisschen Trollen halt Jetzt spielt Ihnen jetzt das Bußgeld von 250 Euro an Sind Sie damit einverstanden? Wenn Sie damit einverstanden haben Okay, dann stelle ich Ihnen gerade das Bußgeld aus Dann brauche ich noch eine Unterschrift von Ihnen 250 Euro, was für Farsch Redet halt mal was Da? Guck, dass man befreit wird, ne? War richtig? War richtig? War richtig? Oder war falsch? Ja, und? Man hat rumslos nicht alles Aber naja, das sei mal dahingestellt Das ist ja nicht so weiter schlimm Ja, das ist ohne Ja, das ist ohne online Ja, das ist ohne online Dann würde ich sagen, folgen Sie mir bitte Kommen Sie bitte raus So Hilf, ich wurde vergewaltigt Hilf, ich wurde vergewaltigt Papa, hilf, Mama Ich habe kein Problem 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 Also, jetzt geht es ja los hier Mein Leben hat keinen Sinn mehr Mein Leben hat keinen Sinn mehr Ich springe jetzt runter Bitte springen Sie nicht, bleiben Sie da stehen Der redet doch im TS anders, oder? Ja, der redet im TS anders, er versteht sich richtig Seht nix Ich seh auch nix, das ist ein Problem Ah, der wollt von ganz oben drunter springen Echt? Ich sag da unten Jetzt geht er aufs Dach Da oben steht er Sag, er sollt nicht springen Nicht auf dem Dach, schau einfach Hilf, ich springe Mikrofon activated Hat keinen Sinn mehr, wirklich Mikrofon muted Eins Sie ist ja gesprungen, glaube ich Eins Nein, jetzt kommt der Polizist, steig ein Zwei Ich trau mich noch nicht Die Polizist, steig ein Der wird da runter Eins Zwei Nein, war getasert Sag, Polizeigewalt, steig aus Stell, ich steh mich so her, dann kann er dir nix tun Jetzt wurde ich schon wieder festgenommen, die Scheiße, Mann Polizeigewalt, buh, buh, die Polizei aus, buh Mikrofon activated Jetzt steigt er wieder mal weg Ist das geil Also ich rede ja immer noch Ach, das ist scheiße, beim Täson, dass ich automatisch weiterrede Wir müssen sie jetzt vorsichtig selbst tritzen Und wenn Sie in der Gefängnis kommen, muss ich Sie leider ins Gefängnis stecken Nein, nicht Gefängnis Damit Sie sich nicht selber gefährden Ich normal sein Ich normal sein Ich will nach Hause Ich normal sein, ja, das hört sich für mich nicht so toll an Also, kommen Sie jetzt zur Besinnung oder ich steck Sie ins Gefängnis Bis nun, Auto repartieren, bis nun Lauft er da unten Ich muss erst mal schnell ein Reparatur-Kit holen Bitte warten Sie Okay Bitte warten Sie Ich bin, äh Ich bin, äh Ich bin, äh, so da anstellt Du kannst ihn eskortieren und schnell ins Auto hineinstecken Ich kann ihn, glaub ich, sogar frei machen Ja Na, muss ich, muss erst mal die Dinge auf Ich glaube, das ist jetzt ein Eck Hey 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 . 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 die vorsteller vor die parklücke ist irgendwie nicht wirklich gut durchdacht jetzt kannst du aus vielleicht kann man ja würde denn jetzt Okay, der hat sein Auto schon beschlagen gehabt. Okay. Wo bist du? Plattformplankenhaus. Das ist alles weg, oder? Wenn man wieder vom Server draufkommt. Ne, ne, das bleibt in der Tasche. Ne? Wenn man verkauft. Das kannst du machen. Ich schätze, der rechnet eh nicht mehr damit, dass er kriegt. Okay. Okay.